Hier haben wir den Kanal von Richard Cooper, bei dem ich ja auch ab und zu reinschaue und auch vieles von dem, was er sagt, unterschreiben kann. Hier hat er im Interview einen Burschen, der nennt sich Tony Yuch, lebt in Thailand, lässt sich wie Richard auch in der sogenannten Manosphere einordnen und gibt sich kritisch gegenüber der Vogue-Kultur. So weit, so gut, da gibt's erstmal nix dran auszusetzen, aber wenn du reinhörst oder dir halt wirklich die Philosophie zu Gemüte führst, dann poppen da doch gewaltige Fragezeichen auf, sollten sie zumindest. So, hier geht's gleich um die Ladyboys in Thailand und Tony, der hält die für wunderbar, wunderschöne Kreaturen, die Frauen sein wollen und sich weiblicher verhalten als Frauen in Amerika, also gemeint ist im Westen. Diese Ladyboys wissen also besser, wie man Männer behandelt und wie man diese verführt, meint er. Er selbst wurde unzählige Male von ihnen reingelegt und verführt, was er begrüßt und ganz super toll findet. Wir haben hier also einen Kerl, der sich maskuline Werte auf die Fahnen schreibt, die Moral und Psyche der Frauen im Westen anzweifelt und sich von She-Mails in Thailand vernaschen lässt. Mal sehen, was noch so kommt. So, er hält sich also nicht für schwul, sondern schwul wäre für ihn, mit einer westlichen Frau zu sein, die sich ja viel männlicher verhält als die Knaben in Thailand. Das ist schon bemerkenswert. Und ich meine damit den Zustand, den Teile der sogenannten Manosphere erreicht haben und die Alternativen, die uns diese Figuren vorstellen. Und Richard hier, dem fällt erstaunlicher oder bezeichnenderweise gar nichts ein, außer zu kichern und es interesting zu finden. Die sind also so weiblich, dass es nicht mal den Frauen dort auffällt und diese Ladyboys sogar als ihresgleichen betrachten. Siehst du, was hier passiert und wie dir das als normal verkauft wird? Okay, weil sie ein bisschen ein männliches Gehirn haben, sind sie schlauer und denken logischer. Amigo, es sind Männer. Was ist mit dir nicht richtig? Ja, hier geht es dann um den Tourismus und den Umstand, dass gerade viele Geschäftsmänner, Richard meint sogar überwiegend Deutsche, nach Thailand gehen, um ihre Triebe auszuleben. Well, I have been really shocked by the amount of masculine, successful businessmen that love to take it in the ass, Ladyboys. That, that, that still surprises me. I don't feel anything gross about it. I'm just like, wow, really? Tonys Gesicht erstrahlt jetzt vor Freude und er gibt vor, dass er erstaunt darüber ist, wie viele Geschäftsmänner gerade von Ladyboys angetan sind und meint im gleichen Atemzug, dass er nichts, aber auch gar nichts Abnormales dran findet. Und beide kichern wie kleine Schuljungs, die gerade einen harmlosen Streich verübt haben. Es geht dann noch um irgendein Buch, das vorgestellt wird. Du kannst dir gern das ganze Gespräch angucken. Ich persönlich, ich finde es besorgniserregend, um nicht zu sagen krank bis in den Kern. Im Verlauf huscht dann sogar noch ein Teigknabe durchs Bild und überhaupt gucke ich mir die Körpersprache des Kerls so an, dann sehe ich, dass der zugedröhnt bis unter die Kiemen sein muss. Alles in allem sehe ich hier. Du kannst es, wie gesagt, anders sehen. Keine gesunde Einstellung zum Leben, nichts also, was dem Leben zugewandt ist und auch nichts, was ich als Vorbild für Männer bezeichnen würde. Guckt man sich dann die Kommentare unter dem Video an, dann spiegelt sich das zum Glück auch, muss man sagen, dort wieder. Und als Fazit würde ich das anmerken, was ich schon eingangs erwähnte, nämlich, dass Traditionen und ein gesundes Wertemodell eben nicht dasselbe sind wie Extreme oder Klickhascherei. Lass es mich gern wissen, wie du dazu stehst, komm in meinen Premium-Bereich oder hol dir mein Buch, falls du es noch nicht hast und abonniere den Kanal, falls du neu hier bist.